Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei einem neuen Spiel Traveller's Rest und das wollen wir uns jetzt ein paar Folgen lang ansehen. Es ist noch eine relativ frühe Version von dem Spiel, aber schon was länger raus. Wir sind hier bei der Version 0557. Ich hatte es schon mal gespielt, den Spielstand habe ich gelöscht, weil ich ganz neu anfangen will. Und wir fangen erstmal damit an, dass wir uns einen Wirt erstellen. So, wir können hier verschiedene Sachen aussuchen. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier den Bart weg und gucken uns mal die verschiedenen Augen an. Gibt es nicht viel von der Auswahl her? Würde ich glaube ich bei denen hier bleiben. Von der Nase her. Und mal die drei. Die drei ist glaube ich ganz gut. Oder? Ja, die drei. Sieht das auch von der Seite anders aus? Ui. Ja, wir bleiben bei der drei. Die drei ist glaube ich ganz gut. So, dann können wir uns den Mund aussuchen. So ein verschmitztes Lächeln. Also können wir normal machen. So ein leichtes verschmitztes Lächeln. Dann so ein bisschen in die eine Richtung, in die andere Richtung und wieder normal. Nehmen wir das mit dem leichten Lächeln. Wer weiß, ob wir das überhaupt sehen, wenn wir uns jetzt einen Bart machen. Ja, ist direkt weg. Gut. Dann ist es auch egal, was wir uns als Mund nehmen. Außer wir entscheiden uns gegen einen Bart. Was ist das hier? Achso, das ist die Hautfarbe. Okay. Der Bart ist mir ein bisschen zu heftig, glaube ich. Ich würde sagen, der hier. Oder der hier. Achso, so ein richtiger, heftiger Bart hat natürlich auch was. Wir gucken uns mal an, was es für Haare gibt. Genau, nicht schlecht. Ich glaube, ich würde einen von den beiden nehmen. Entweder der mit Zopp. Oder den hier. Aber dann passt der Bart nicht. Dann würde ich als Bart... Na, wo ist er denn? Bei dem hier bleiben. Achso, so richtig passt der auch nicht, ne? Dann lieber der hier. Ah, okay. Ja, dann machen wir lieber den Mund. So, ich beleid' doch bei dem hier. So, dann können wir uns noch ein Hemd aussuchen. So, wir können natürlich die Farben natürlich auch noch machen. Wir können uns zum Beispiel hier so... ...so ein bisschen rote Haare geben. Hier ist es in die Augen. Wir können uns auch lassen. Ja, warum nicht, ne? So, das können wir uns aussuchen. Ich finde so was mit Weste ganz cool. Oder so ein Hemd. Obwohl, so ein Hemd. Nee. Oder würde ich, glaube ich, wirklich hierbei bleiben. Ähm, Farbgebung davon. So, vielleicht. Hose. Okay. Bleiben wir dann auch hierbei. Das ist der Gürtel, ne? Den lassen wir braun. Und die Hose selber. Lassen wir auch in diesem Blau. Uh. Gibt's die zwei Varianten. Die sehen so ein bisschen pelzgefüttert aus. Okay, komisch, dass dieser hintere Schuhe eine andere Farbe kriegt. Ähm. Dann lassen wir die Schuhe nämlich lieber braun. Dann sieht das ähnlicher aus, wenn der so steht. Okay, Name. Ja, ohne and only. Zum Ragaz. Okay, alles klar. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir damit fertig und starten mal rein. Das Tutorial. Wollen wir das Tutorial aktivieren? Es ist schon ein bisschen her, wo ich das Ganze gespielt habe. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ja, Early Access Warnung. D-Taste. BSD. Shift zum Rennen. B. Betreten. Verlassen des Dekorationsmodus. So, BSD. Dann Rennen. B. Alles klar. So, im Dekorationsmodus können wir mit, äh... mit E oder linker Maustaste was nehmen und rumbewegen. Okay, gut. Dann würde ich das direkt mal machen. Ja, ja, schon klar. Ja, ja, schon klar. Ah, das kann ich bis dahin machen. So. Ne. Doch, passt. So, ich muss dich drehen. Das mache ich mit R. Perfekt. Dann nehmen wir uns noch diese Kerze da. Stellen die da drauf. Äh... Dann drücken wir wieder B. Und dann müssen wir das Buch hier mit E nutzen. Achso, wenn nichts da ist, verkaufen wir Pampe. Pampe bringt kaum was. Und, äh... Ja, ja, dann verdienen wir zwar Geld, aber es bringt nichts. Gut. Wir haben momentan nichts, also verkaufen wir Pampe. Mit O öffnen wir die Taverne und dann können wir Pampe verkaufen. Eine Quest. Ähm... Okay, ich kriege einen Tisch mit Kerze, wenn ich sechs Kunden bedient habe. Das ist doch nice. Wo sehe ich das machen? L. Wo ist meine Quest? Da. Bei Aufgaben. Okay. Hallo, Kunde. Einmal Pampe. Bitte schön. Bitte schön. Guten Appetit. Du noch. Perfekt. Okay. Jetzt sollen wir die Taverne wieder schließen. Also alle raus hier. So. Können wir hier, ähm... Vielleicht die Sachen aufbauen. Ich glaube, wir müssen nur warten, bis die raus sind. Oder können wir das so machen? Ich glaube, wir können das auch so machen. Aber ist gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Okay. Ähm... Dann ab in den Baumodus. Machen wir das hier irgendwo hin. So schön vor den Kaminen, glaube ich. Könne ich mir gut vorstellen. So. So. Ja, okay. Lass mich noch eine Kerze draufstellen. Perfekt. Dankeschön. Ähm... Ja. Was sollten wir machen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wer soll noch mehr Pampe kaufen? Dann machen wir das doch. Äh... Die Kerzen. Äh... Die lasse ich mal da drin. Können wir später mal aufstellen. Ähm... Sehr schön. Jetzt haben wir Getreidebrei und Grog bekommen. Okay. Dann packen wir dann Getreidebrei da rein. So. Kuh. Esschen da rein. Dann können wir Bier zapfen. Ja. Schnell wischen. Ich weiß, dass man das direkt leer zapfen kann. So. Tisch haben wir gewischt. Okay. Ups. Fußboden verschmutzt. Ja. Mach ich mich drum. Gib mir erstmal das Fass. Bitte wieder. Es war wie ein Sau-Stahl hier. Was ist los? Wann kann ich nicht mischen? Oh, ich muss das wechseln. Gut. Da, 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 da. Hier gehe ich mir den Tisch noch kurz. So. Weiter. Tschüss, tschüss. Kommt da auch noch. Ja. Ja, so wir. Hier. Oh Mann. Was ist los mit euch? Wie ist hier ein Ökel auf hier, ne? Benehmt euch mal. So. Tschüss, tschüss. Hier können wir weiter. Der hat schon wieder Dreck gemacht. Dann guck dir das an. Zurück weiter zapfen. Wartet ja schon fast den Stress aus hier. Bitteschön. Mach keine Sauerei unterwegs. Danke. Oh, was ist leer? Oh, wir haben meinen Teppich als Verlohnung bekommen. Den machen wir. Achso. Bau-Modus. Jetzt habe ich den hängelig. Wo habe ich den jetzt hingepackt? Da. Ah, jetzt wird es. So, machen wir den schönen da am Eingang hin. Ja, ja. Komm, komm. Schnell wischen. Sollst du hier den Mob zwingen, aber zackig. Ja, ja. Schon klar. So. Weiter. Dieser Ort ist sauberer. Der Ort ist ein Palast. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ah, mit dem Zeug machen wir aber direkt wesentlich mehr Geld. Das muss man schon sagen. Haben wir eigentlich noch eine Quest? Äh. Fünfmal Grog. Einer muss noch einen Grog kaufen. So. Ich schätze mal, dass der dabei ist. Ne. Die wollen zweimal Pampe. Also nicht Pampe. Das andere Zeug. Äh. Äh. Wollt auch noch keinen. Ich pack den Grog mal da rein und die Fässer da unten in die Ecke. Mal prophylaktisch wischen. Keine Ahnung, ob das hilft. Das war schon nicht mehr prophylaktisch. Alle sind das Zeug am Essen. Die sollen sich den Grog holen. Und gerade ist mittags. Hier. Grog Jungs. Grog. Er will Grog. Du willst Grog. Du siehst nach Grog aus. Perfekt. Endlich habe ich die Axt. Grog. Wir haben eine Kupferachs bekommen. So. Hoch. Hier. Grog. Äh. Schließe deine Taverne und geh raus. Okay. So. Bringt wer fertig? Esst fertig? Ich bin schon mal weg. Äh. Schließt ab nachher. Okay. Ähm. Also wir haben einen Briefkasten. Lieferkiste. Ähm. Anschlagebrett. Personal anstellen. Sehr schön. Wohnenwasser. Natürliche Ressourcen. Anschlagebrett. Personal. Okay. Stufe 6 brauchen wir. Dann kann ich das Personal einstellen. Das ist der Kalender. Ist nichts geplant. Okay. Äh. Bestellungen. Sieht auch noch ein bisschen mau aus. Gut. Aber wenigstens haben wir den. Ähm. Da würde ich sagen. Nutzen wir die Axt doch mal. Und fällen einfach mal einen Baum. Ich gehe zumindest mal davon aus. Das ist auch unsere Quest. In Bäume fällen. Ja. So. Die zwei noch. Die zwei noch. Das ist auch unsere Sägemühle bekommen. Und die Kupfersense. Dekorationsmodus. Okay. Wir müssen Gras entfernen. Okay. Gut. Das heißt wir müssen Platz für die machen. Keine Ahnung wo wir die hin machen sollen. Hier vorne vielleicht einfach. Mal dieses Graszeug ein bisschen weg machen. Und dann setzen wir die hin. Okay. Die ist äh. Groß. Das reicht nicht. Dann machen wir sie sehr wahrscheinlich hier hin. Ja. Ist okay. Ähm. Obwohl dann ist der vielleicht im Weg. Wir probieren es so aus. Hallo. Ich bin noch im Baumodus. Ja. Jetzt. 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 Muss ich so ein bisschen umgewöhnen. Der schlägt nicht dahin wo ich mit der Maus will. So. Wie sieht's aus? Baumodus bitte. Okay. Nein. Ich krieg den nicht dahin. Hier krieg ich ihn garantiert auch nicht hin. Baumodus. So. Probieren wir es nochmal. Baumodus. Sehr gut. Der Brunnen ist riesig. Dann würde ich... Ach, da ist der Baum im Weg. Da geht es auch nicht hin. Da muss ich auch einen gewissen Abstand halten. Wir könnten den hier hinkriegen. Besser als nix. So langsam habe ich alles. Baumodus. So. So langsam habe ich kein Gras mehr hier. So. So. Probieren wir es nochmal. Baumodus. Ich kann das trotz Stein hier hin machen. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, das ist krass. Ich mach's jetzt da hin. Ob. Okay. Sehr gut. Dann, was können wir hier machen? Wir haben eine Liste mit Rezepten. Brennstoff und Zeit. Okay. Holzbretter. Da läuft der Timer. Gut. Dann kann das ja mal werden. Und ich würde nochmal ein bisschen Holz sacken. Direkt der nächste. Sehr schön. Weiter. 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 so, mal gucken mal der Teimer ist einmal rund gelaufen oh, sehr schön jetzt haben wir die Kupferhacke damit können wir das andere Zeug ah, könnte ich mal erstmal das hier und dann nehmen wir uns die Hacke fangen einfach mal an ich kann auch mit der Maus drücken, ich muss nicht F drücken aber ich mache F, das ist leichter so, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben würde mich freuen, wenn ihr das Spiel auch habt vielleicht seid ihr da schon komplett ausgebaut durchgespielt, wie auch immer ich würde gerne mal eure Erfahrungen berichten und wie es euch gefällt und generell natürlich wenn euch das Video gefällt dann lasst mir auch gerne ein Abo da über Kommentare freue ich mich immer und ab und zu streame ich auch bei Twitch und da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen man lässt sich mal ein bisschen live quatschen ein bisschen was anderes als einfach daherzureden ein guter Eisenherz ein bisschen Stein noch ok wir müssen mal gucken, dass wir Schmelze und Ambus noch bauen das kommt als nächstes dran ich gehe mal davon aus, dass das mindestens genauso ein großes Feld wird oh, das Licht angegangen gerade, 19 Uhr wie die Fackel brennt auch so, den nehmen wir auch noch mit sehr schön jede Menge Kohle hier haben wir noch mal Kupfer ist das glaube ich sehr schön dann ist nochmal Eisen und nicht mal die Einzugsbereiche dürfen sich überschneiden sehe ich hier gerade sicher Eisen ja, ist Eisen ist so duster geworden dass ich schon dachte das wäre Kohle eventuell so, den nehmen wir auch noch mit sehr schön gut, wo machen wir ihn hin ich würde fast sagen ich mache den hier leider weg wenn der hacken würde tut er nicht ok es ist schade dass ich den nicht weg machen kann das hätte ich nämlich gerne oder kann ich den einfach so aufbauen äh äh geht absolut nicht ähm ja, wo machen wir ihn dann hin, ne wo machen wir ihn dann hin da ist Stein im Weg hier müsste er theoretisch hingehen hallo geht jetzt gar nichts mehr ich bin Bau-Modus auch Mensch so, nochmal Bau-Modus dann bauen wir den ja, da geht es leider nicht ich werde den gerne weg oder machen wir es halt hier hin dann haben wir den Amboss der kommt da hin oh, ein Stumpf mit Axt ok der kommt dann schätze ich mal da hin so, Stumpf mit Axt das sind die ersten Verbesserungen so und an dem können wir jetzt natürlich auch noch Sachen machen wie zum Beispiel Feuerholz ähm hier haben wir jetzt noch Holzstangen die wir machen können aber auch einfach mal werden wir sicher für irgendwas irgendwann brauchen guck mal da gab es so Punkte ok hier brauchen wir Brennstoff und dann können wir Nägel und sowas machen und hier können wir auch wenn wir Brennstoff reintun das ganze Zeug einschmelzen ja, Brennstoff natürlich Kohle machen wir mal 100 rein 10 braucht das wenn ich das einmal mache ah war deutlich schon die halbe äh die Hälfte am Brennstoff verballert wo verballert ach der ist leer ok joa, dann sind wir hier erstmal fertig ne wir könnten hier vielleicht noch ein Bäumchen fällen könnten wir was Holz haben das gab jetzt 3-3 ich will jetzt gleich mal was gucken das gab jetzt auch 3-3 der hier sieht nämlich kleiner aus also nicht ausgewachsen ja, ok merkt man also die Bäume am besten wirklich auswachsen lassen sehr schön so der ist nicht ausgewachsen der ist aber ausgewachsen so das war eigentlich schon so langsam spät sage deinem Kunden dass er schließt ok das heißt wir sollten jetzt am besten schlafen gehen na ah, da werden sie angezeigt das ist so ähnlich wie bei ähm oh, Errungenschaft, Artisane sehr schön äh, so ähnlich wie bei wie heißt er denn ich komme nicht drauf ähm Graveyard Keeper ist das auch für Forschung diese Punkte? so direkt nochmal ja, dann legen wir uns schlafen ach guck mal die haben auch schön Sauerei gemacht bevor die eben abgehauen sind und es ist kalt ok da unten sieht man das bestimmt den Kamin stochen da kann ich echt alles verfeuern wie es aussieht hm, auch nicht schlecht gut den Keller kann man erst abziehen das ist der Werkraum der wird ab äh aktuell in der Quest gemacht das ist mein Schlafzimmer so habe ich mir gedacht da steht ein Bett dran das ist eine Kiste ähm ja, ich wüsste jetzt noch nicht was ich da reinschmeißen soll aber irgendwann findet sich schon was wir können sogar das Bett machen sehr schön schön ins gemachte Bett schlafen legen gut dann legen wir uns schlafen und sehen uns in der nächsten Folge wieder ich hoffe es hat euch Spaß gemacht ähm wie gesagt schreibt mal gerne in die Kommentare würde mich freuen dort ein paar äh zu lesen und zu antworten und äh schreibt mal wie euch das Spiel gefällt oder habt ihr ein anderes Spiel was vielleicht ähnlich ist oder so und was ihr richtig geil findet ähm ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mal hat ihr rot schwenkt der rot grüß euch jacht ich bin fort schwenkt 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 Vielen Dank.